Die wichtigste Frage ist leicht formuliert und schwer beantwortet. Ist Taiwan ein Land? Und wenn man sich allein die Kriterien ansieht, die man so gemeinhin an ein Land stellt, dann muss man sagen, ja, Taiwan ist ein Land. Taiwan hat ein klar definiertes Staatsgebiet, einen international akzeptierten Reisepass, eine Regierung, seit Mitte der 90er Jahre demokratisch gewählt, ein Militär, eine eigene Währung. Das heißt, wenn man sich allein diese Gesichtspunkte anguckt, dann ist Taiwan ein Land. Aber, und das ist das große Aber, Taiwan wird international nur von sehr wenigen Staaten anerkannt und ist auch nicht Mitglied der UN-Vollversammlung. Das liegt daran, dass China es sich verbittet, wenn andere Staaten offizielle Beziehungen mit Taiwan haben. Weltweit sind es deshalb im Moment nur 14, in Europa einzig der Vatikan. Deutschland pflegt inoffizielle Beziehungen mit Taiwan, genauso ist es mit den USA, Taiwans wichtigstem Verbündeten. Die USA liefern Taiwan seit langem Verteidigungswaffen und gelten als seine wichtigste Schutzmacht. Die USA und die EU inklusive Deutschlands verfolgen eine sogenannte Ein-China-Politik. Das heißt, ja, wir erkennen an, dass die Volksrepublik China die Vertretung Chinas ist, beziehungsweise der einzige souveräne Staat in China. Daher Ein-China-Politik. Was dazu aber nicht gehört, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist Pekings Anspruch, dass Taiwan auch zu der Volksrepublik gehört. Wichtig ist das, weil China in dieser Hinsicht, und das muss man so sagen, Desinformation betreibt. Zum Beispiel, indem es behauptet, die Zugehörigkeit Taiwans zur Volksrepublik sei internationaler Konsens. Das ist aber nicht so. Weder die EU noch die USA akzeptieren Chinas Anspruch auf Taiwan, sondern nehmen ihn lediglich zur Kenntnis. Auch die bedeutende UN-Resolution 2758 von 1971, in der die Volksrepublik den Sitz in der UN-Vollversammlung für China bekam, den bis dahin Taiwan inne hatte, hält lediglich fest, dass die Volksrepublik die Vertreterin Chinas ist, nicht die Vertreterin Taiwans. Deshalb ist es wichtig, nochmal festzuhalten, gerade weil die Begriffe zum Verwechseln ähnlich sind, aber so verschieden, das von Peking vertretene sogenannte Ein-China-Prinzip, laut dem Taiwan zu China gehört, ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit der Ein-China-Politik des Westens. Da wird nämlich Taiwan definitorisch nicht eingeordnet. Auch die Position der USA, ob sie Taiwan bei einem Überfall durch China militärisch verteidigen würden, ist auf eine strategische Ambiguität ausgelegt. Das heißt, eine absichtliche Mehrdeutigkeit. Washington legt sich nicht fest. US-Präsident Joe Biden hat allerdings bereits dreimal öffentlich gesagt, dass die USA Taiwan beispringen würden. Offiziell will, dass die US-Regierung nicht als Änderung ihrer Position verstanden wissen, aber Experten halten es für durchaus wahrscheinlich, dass die USA Taiwan verteidigen würden. Denn Taiwan ist nicht nur ein demokratischer Partner des Westens, sondern auch geopolitisch und wirtschaftlich von enormer Bedeutung. Wenn man sich die geografische Lage anguckt, sieht man, Taiwan ist Teil der sogenannten Ersten Inselkette, die Chinas Einfluss im Pazifik eindämmt. Außerdem ist Taiwan bei weitem Weltmarktführer in der Halbleiterindustrie, ohne die keine Mikrochips produziert werden können, die heutzutage elementar wichtig sind für Autos, Smartphones, Kühlschränke und so weiter. China wiederum hat den Taiwan-Besuch der US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi im August 2022 zum Anlass genommen, sein erstes politisches Grundsatzpapier zu Taiwan seit 22 Jahren zu veröffentlichen. In diesem Weißbuch schreibt China, dass eine friedliche Vereinigung mit Taiwan zwar zu bevorzugen sei, aber sich China alle nötigen Mittel vorbehalte, also auch Krieg. Anders als in früheren Grundsatzpapieren lässt Peking diesmal auch offen, ob es Truppen in Taiwan stationieren würde. China benutzt oft den Begriff der Wiedervereinigung, um seine Eroberungsambitionen für Taiwan zu beschreiben. Was dabei nicht erwähnt wird, aber gerade den Taiwanesen extrem wichtig ist, Taiwan hat in seiner Geschichte nicht einen Tag zur Volksrepublik China gehört. Wie groß ist also die Gefahr eines Überfalls Chinas auf Taiwan und somit ein potenzieller Krieg zwischen China und den USA? In unmittelbarer Zukunft, also in den kommenden Wochen oder Monaten, wird China Taiwan wohl nicht überfallen. Da sind sich die Experten einig. Aber viele sagen auch, Taiwan läuft die Zeit davon. Ein Angriff Chinas noch in diesem Jahrzehnt ist nicht auszuschließen. Auch die Invasionsübungen und Militärmanöver, die China in letzter Zeit immer stärker rund um Taiwan durchführt, weisen auf diese Gefahr hin. Inzwischen kreuzen regelmäßig chinesische Kampfjets die Mittellinie der Taiwanstraße, die als inoffizielle Pufferzone gilt. Bis August 2022 hatte sich Peking daran gehalten. Die Taiwanstraße selbst ist ein internationales Gewässer. Zumindest sehen das die USA und zahlreiche andere Nationen so. China reklamiert sie als sein Hoheitsgebiet. Als verletzlichster Teil von Taiwans Staatsgebiet gelten die beiden Inselgruppen Jinmen und Maju, die nur wenige Kilometer von Chinas Ostküste entfernt liegen. Bei einem Überfall wäre es nicht unwahrscheinlich, dass China sie zuerst annektieren würde. Man spricht von drei Krisen in der Taiwanstraße. 1954-55, 1958 und dann noch einmal 1995-96. Damals beschoss China Jinmen und Maju, beziehungsweise führte groß angelegte Raketentests durch. Als Reaktion auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ließ China im August 2022 auch erstmals Raketen über Taiwan fliegen. Die Manövergebiete waren noch näher an Taiwan dran als bei der dritten Taiwanstraßenkrise Mitte der 90er Jahre. Die Frage droht ein Krieg, lässt sich also nicht mit Nein beantworten. Experten halten einen Überfall Chinas auf Taiwan für eine reale Gefahr. Und mit Präsident Xi Jinping hat erstmals ein chinesischer Staats- und Parteichef ein Datum ins Spiel gebracht. Im Rahmen des von Xi ausgerufenen Programms zur nationalen Verjüngung soll Taiwan spätestens bis 2049 mit China vereinigt werden, dem 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Notfalls mit einem Krieg.